Nachdenkseiten Die kritische Website Achtung! Kulturpropaganda! Eine neue Serie der Nachdenkseiten. Teil 1 Filme und Feindbilder von Tobias Riegel Neoliberale und kriegerische Indoktrination wirkt nicht nur über die großen Nachrichtenmedien auf die Bürger ein. Auch in Form von Kultur und Entertainment werden politische Botschaften und Kampagnen unters Volk gebracht. Dieser mehr oder weniger gut getarnten Propagandatechnik widmen die Nachdenkseiten eine neue, unregelmäßig fortgeführte Serie. Machen Sie mit und schicken Sie uns Beispiele. Wir beginnen mit der Propaganda im Unterhaltungsfilm. Damit Propaganda ihre ganze Wirkung entfalten kann, sollten möglichst viele Lebensbereiche von ihr erfasst werden. Man möchte nicht riskieren, dass die Kampagnen durch seriöse alternative Stimmen angegriffen werden und seien dies nur vereinzelte, ketzerische Äußerungen von Regisseuren oder Autoren. Damit auch diese Freigeister es nicht wagen, sich gegen die dominierende Deutung der Geschehnisse in Stellung zu bringen, sollten neben Politikern und Journalisten auch die Intellektuellen und die Künstler einerseits indoktriniert und eingeschüchtert, andererseits bei Wohlverhalten gefördert und gebucht werden. Peter Handke und der vernichtende Medienumgang mit ihm, nachdem er es gewagt hatte, der offiziellen Version des Jugoslawien-Krieges zu widersprechen, ist ein Exempel für diese Einschüchterungspraxis im Kulturbetrieb. Die Unterzeichner eines Künstleraufrufs gegen Putin müssen sich dagegen vor Medienkampagnen keine Sorgen machen. Innerhalb des Artikels finden Sie zahlreiche weiterführende Verlinkungen. Es wäre zudem verschenktes Propagandapotenzial, wenn man neben den politischen Inhalten nicht auch noch den Sport, Doping und die Kultur- und Entertainmentindustrie gegen den Feind in Stellung bringen würde. Zumal sich diese Bereiche perfekt zur Ablenkung und Emotionalisieren eignen. Ein Blick auf den bemitleidenswerten Zustand des deutschen Kabaretts und auf die Tatsache, dass es erschreckend wenige wahrnehmbare künstlerisch-intellektuelle Stimmen gegen die antirussische Stimmungsmache oder für allgemeine Friedensinitiativen gibt, zeigt, wie erfolgreich die dominierende Propaganda auch in der Kulturszene wirkt. Kein Wunder, zunächst die westdeutsche und ab 1989 die gesamtdeutsche Geistes- und Kulturlandschaft war seit 1945 Ziel einer intensiven Beeinflussung vor allem von US-amerikanischer Seite. Die extremsten aktuellen Folgeerscheinungen dieser Entwicklung sind wohl dubiose Gruppen wie die Antideutschen oder das so hochtrabende wie reaktionäre Zentrum für politische Schönheit. Pseudo-linke Antikommunisten als US-Kronzeugen Man kann diese Indoktrination als positive Umerziehung des Nazivolkes und wichtige Abwehrschlacht gegen den totalitären Kommunismus wahrnehmen und verteidigen. Stichwort Nachhilfe in Demokratie. Manche Beobachter interpretieren die Beeinflussung bis ins Freizeitverhalten hinein jedoch als wirtschaftspolitisch motivierte Gehirnwäsche. Mit ihr solle Konsumbereitschaft sowie Gefolgschaft für US-geführte Kriege oder Widerstand gegen Projekte wie die Pipeline Nord Stream 2 hergestellt werden. Es sei eine in heere Worte gekleidete eiskalte Interessenpolitik. Aufgrund des devoten Verhältnisses, das West- und Gesamtdeutschland gegenüber den USA seit 1945 pflegten und der daraus folgenden US-Beeinflussung, wird in dieser Serie vor allem US-Propaganda behandelt. Das soll nicht aussagen, dass die Vereinigten Staaten und ihre Vertreter in den deutschen Medien ein Monopol auf diese Techniken hätten. Zudem scheint sich das US-EU-Verhältnis gerade neu zu definieren, neue Machtblöcke entstehen, sie holen publizistisch auf. Möglicherweise kommen die Massenmanipulationsversuche schon bald aus ganz anderen Ecken. Noch herrscht aber keine Waffengleichheit. Die gigantischen Ressourcen der US-Propaganda stellen die aller Konkurrenten, einschließlich Russlands, weit in den Schatten. Schon früh wurde von US-Seite erkannt, dass innerhalb der Kulturszene die wirkungsvollsten Verbündeten des Neoliberalismus Pseudo-Linke-Antikommunisten vom Schlage Heinrich Bölz waren. Diese von Albrecht Müller innerhalb des Artikels verlinkte analysierte Strategie wird bis heute verfolgt. Exponierte Vertreter etwa im heutigen Hollywood sind George Clooney und Morgan Freeman. Sie pflegen ein irgendwie linksliberales Image, beteiligen sich aber an der US-Propaganda zum Syrienkrieg oder stellen infame antirussische Hetz-Videos her. Darüber hinaus ist eine seit Jahrzehnten andauernde Kooperation zwischen Hollywood und dem Militär durch geleakte Akten belegt. Eine weitere genutzte Taktik ist die des Verschweigens oder wann wurden sie das letzte Mal in den deutschen Medien positiv über ein großes Kulturevent in Russland oder Venezuela informiert. Weitere Akteure, Taktiken und Folgen der Kulturpropaganda wollen wir in unserer neuen, unregelmäßigen Serie erkunden. Los geht es mit dem Feindbildaufbau im Film. Serien Teil 1 – Filme und Feindbilder Propaganda im Kinoblockbuster Das gerade zu Ende gegangene Filmfestival von Cannes ist nicht nur Treffpunkt großer Künstler und Jahrmarkt der Eitelkeiten. Es war in diesem Jahr auch Schauplatz der Anbahnung einer potenziell unheilvollen Allianz, wie das Medium die Fans News schreibt. Zitat Das französische Verteidigungsministerium hat das Team Cinema Mission gegründet, um die Beziehungen zwischen dem Heer und der Filmproduktion zu stärken. Von der Beratung bei der Erstellung von Drehbüchern bis hin zu Kommunikation bei der Verbreitung. Es gibt auch ein Angebot von Militärberatern für Dreharbeiten, Bereitstellung von Ausrüstung, Zugang zu Archiven, Finanzierung und Co-Produktion. Das Informations- und Kommunikationsbüro des französischen Verteidigungsministeriums wird an den Filmfestspielen in Cannes teilnehmen, um eine stärkere Verbindung zwischen Kinoproduktion und Militär zu fördern, so das Ministerium. Zitat Ende Was auf europäischer Ebene in dieser Offenheit neu ist, ist aus den USA lange bekannt. Indem es selektiven Zugang zu teurem Gerät gewährt, kauft sich das US-Verteidigungsministerium Einfluss auf die Inhalte von Hollywood-Filmen. Das belegen interne Pentagon-Akten, wie die Journalisten Tom Sacker und Matthew Alford in einem Report aufgedeckt haben. Dass diese Verbindung zwischen Kriegspropagandisten und Filmproduzenten bereits Jahrzehnte zurückreicht und Hunderte von teils sehr populären Filmen betrifft, beschrieb kürzlich der Medienwissenschaftler Michael McCaffrey. Pentagon und CIA infiltrierten Hunderte Filme Das US-Militär nutzt demnach Hollywood bereits seit 1927 um, sein öffentliches Image in über 1800 Filmen und Fernsehsendungen zu formen. Die Verantwortlichen zahlreicher Großproduktionen von Blockbustereien wie Transformers sowie der Marvel-DC- und X-Men-Superheldenfilme haben sich den Angaben zufolge auf einen verhängnisvollen Deal mit dem Pentagon eingelassen. Sie überlassen Teile der kreativen Kontrolle der Armee und sparen im Gegenzug Millionen von Dollar, die sie sonst für militärische Ausrüstung, Service-Mitglieder und Standortgebühren ausgeben müssten. Auch die CIA hätte zahlreiche Filme unterstützt. Ein aktuelles Beispiel sei Zero Dark Thirty. Seit den 80er Jahren hätte eine Welle von kriegsbegeisterten Produktionen Antikriegsfilme in der Tradition von Apocalypse Now oder Full Metal Jacket verdrängt. Captain Russell Koons, Direktor des Navy Office of Information West, erklärte dem TV-Sender Al Jazeera, was das Militär bei einer Zusammenarbeit mit Regisseuren erwarte. Zitat Wir werden kein Programm unterstützen, das eine Uniform entehrt oder uns auf kompromittierende Weise darstellt. Zitat Ende Und Phil Straub, Leiter des Film and Television Lision Office des Pentagon, konkretisiert die Hierarchie. Zitat Zitat Ende Der Russe löst den Araber ab Die begrenzte Anzahl an Bösewichtern Die inhaltlichen Folgen dieser Erpressung sind in vielen aktuellen Action- und Superheldenproduktionen zu erkennen. In Form von großer Wertschätzung des US-Militärs und einer verbreiteten Präferenz für Anmaßung, Regellosigkeit und Selbstjustiz. Doch auch jene neuen Filme, die ohne Flugzeugträger auskommen, starren teils vor offener, momentan meist antirussischer Propaganda. So warteten laut eines unvollständigen Gedächtnisprotokolls allein in den letzten zwei Jahren unter vielen anderen die Kinogroßproduktionen Red Sparrow, Iron Man 2, Kind 44, Killers Bodyguard, Atomic Blonde, Verräter wie wir oder Batman vs. Superman mit primitiven russischen Bösewichten auf. Jene Bösewichter wechseln mit der Geopolitik und flankieren diese. War in den Jahren nach dem 11.09.2001 der arabische Extremist allgegenwärtig im US-Action-Kino, so wurde der Film »Dschihadist« aus politischen Gründen in den Ruhestand geschickt und vom barbarischen Russen abgelöst. In dem Moment nämlich, als der Westen begann, Gotteskrieger in Syrien zu unterstützen und antirussische Begehrlichkeiten gegenüber der Ukraine zu entwickeln. Es sollte aber auch nicht verschwiegen werden, dass es in US-Filmen auch von bösen US-Amerikanern wimmelt. Stichwort reaktionäre weiße alte Männer. Nicht nur im Kino, auch TV, Showbiz und Dokumentationen werden unterwandert. Geopolitisch motivierte Kulturpropaganda macht bei den großen Leinwänden nicht Halt, sondern beeinflusst auch TV-Serien, Dokumentationen und Show-Formate. In der Fernsehserie »The Americans« werden russische Spionageschläfer porträtiert. In »Orange is the New Black« gibt es eine alle Klischees erfüllende Russenfigur und die neue BBC-Produktion »McMafia« schürt britische Ängste vor Russengangstern. Das alles wird noch von der Arte-Serie »Occupied« unterboten, in der auf niedrigstem ästhetischen und intellektuellem Niveau eine russische Besatzung Norwegens durchgespielt wird. Es sind auch Quantität und Ballung und die dadurch mögliche stete Wiederholung eines negativen Russland-Bilds in verschiedensten Produktionen und Filmformaten, durch die der Propaganda-Effekt erzielt wird. Das Format des Dokumentarfilms bietet viel Potenzial für Propaganda. Nun wurden zwei Jahre in Folge unter starkem Manipulationsverdacht stehende Dokus mit dem US-Filmpreis »Oscar« ausgezeichnet. Icarus über russisches Staatsdoping und »The White Helmets« über die gleichnamigen »Sanitäter«. Ein herzzerreißendes Porträt von Bana aus Aleppo wird dem Publikum wahrscheinlich auch nicht erspart bleiben. Sowjetunion nahm den kinematografischen Federhandschuh nicht auf. Wegen des schon angesprochenen immensen internationalen Vorsprungs der US-Propaganda muss man nach US-amerikanischen Bösewichten in Filmen nicht westlicher Kulturkreise lange suchen, beziehungsweise diese Filme schaffen es wegen ihres Low-Budget-Niveaus oft nicht in unsere Kinos. Eine der wenigen Ausnahmen war die üppig ausgestattete türkische Propaganda-Kinoreihe »Tal der Wölfe«. Interessant ist, dass die Sowjetunion, die die Ressourcen gehabt hätte, den kinematografischen Federhandschuh des Westens nicht in angemessenem Maße aufgenommen hat. Es gibt relativ wenige US-Bösewichter in sowjetischen Spielfilmen. PS. Helfen Sie uns! Sollte Ihnen, liebe Leser der Nachdenkseiten, besonders dreiste Kulturpropaganda in Büchern, Videospielen, Theaterinszenierungen, Filmen, Ausstellungen, Popmusik oder anderen Kulturformen auffallen, schicken Sie uns bitte einen Hinweis an leserbriefe.nachdenkseiten.de Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.